Hallo liebe Internetzuschauer! Internet! Heute wollen wir eine wichtige Sache besprechen. Eine Sache, die sich viele immer wieder fragen bei Russisch. Das ist immer eine Sache, wenn du eine Russische siehst. Was ist eine... Russen-Hockey? Hast du begrüßt? Und jetzt bevor du sitzt im Russen-Hockey, du guckst links, ja? Da guckst du rechts. Abchecken. Deine Lage ist keine Gefahr, ja? Oh, dann machst du beide Daumen. Oh! Shirok! Oh, Tag! Ja? Ich mache von der Seite. Hoch! Sonst, wenn du gleich einen Russen-Hockey machst, dann hast du Michael Jackson. Salam Aleikum! Dann du sprichst auf der Tonlage, was keiner man sprechen will. Ja? Versuch! Hoch! Ja? Wo? Und dann geht's! Bequem! Nichts drücken, zwicken, sitzen, wunderbar! Du siehst nicht, aber wir sitzen im großen Unterschied. Wir fangen an mit der ersten Position von Russen-Hockey. Dieser Name ist Homelander. Homelander. Dieser Style wird angewendet, wenn du dich in deinem Revier befindest. Solltest du Homelander unerlaubt im fremden Revier anwenden, rescuierst du eine Schelle, du kleiner, respektloser Hosenscheißer. Das ist Russen-Hockey. Position Homelander. Wenn du siehst, die Russen sitzen in dieser Position. Wir haben gerade lange Arme. Kannst du erreichen? Ja? Opa! Kannst du grillen? Ja? Oh! Schaschluck-Maschluck. Ja? Das ist Homelander! Das ist dein Zuhause! Du, oh! Siehst du? Dein Zuhause! Du bist Zuhause! Arme! Eins, zwei, Absatz! Siehst du hier? Bei Onkel Sergei. Absatz sitzen komplett am Boden. Er ist bodenständig stabil. Er sitzt. Opa! Du siehst. Keine links, rechts, keine nach vorne, nach hinten. Er ist stabil in seinem Zuhause, in seinem Block. Nächste Position, was wir uns schauen, ist Visiter. 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 Dieser Style wird angewendet, wenn du zum Beispiel einen Homelander besuchst. Ein Visitor ist fast überall anwendbar, aber nicht für jeden. Du siehst. Meine Arme, das ist kurzer geworden. Das ist, weißt du, ich bin im Block. Ich fühle mich wie zuhause. Ich habe Freiheit. Ja? Alles gut. Kein Problem. Ich kann nehmen Schaschluck. Ja? Ich kann essen. Sämtchen. Ja? Das ist alles. Ich kann trinken. Quass. Kein Problem. Aber ich bin Visiter. Visiter, du erkennend. An kurzen Armen. Oh. Ja? Und? Du siehst du. Haki ist oben. Das ist Luft. Ja? Das ist. Der ist, kann sie fühlen wie zuhause, aber nicht ganz zuhause. Weil zuhause, ich sitze, ist meine. Er ist Visiter. Besuch. Ja? Ein bisschen instabiler. Du siehst, ja? Ja? Darum nicht ganz zuhause. Frei. Das ist Luft. Haki. Oben. Nächste wichtige Position. Das ist, Sirök? Begun. Begun. Sprinter, wir haben gesagt. Oh. Sprinter. Dieser Style wird angewendet, wenn du nicht viel Zeit hast oder ein kleiner Hosenscheißer bist und nur mal kurz ein Respekt Hallo in der Runde lassen willst. Da siehst du diese Position, ja? Ich sitze so. Ich bin Sprinter. Ich bin bereit, ja? Ich bin bereit, ja? Ich bin bereit, äh, wieder gehen. Ich habe nicht viel Zeit. Ich bin stabil, ja? Um auch zu stehen. Und ein bisschen hacken oben mit dem anderen Fuß, weil ich muss, ja? Ich muss los. Ich muss los. Ich bleibe nicht länger. Ich bin Sprinter. Ich bin nur hingesetzt im Kreis von Russisch, um zu sagen Hallo. ja, ja, ja. Здоров, ja? Hallo, gesagt. Ja. Und gut, gut, weil im Russisch, du sagst nicht, ich habe wenig Zeit. Du machst deine Position. Sprinter, ja? Nukka, zeig stelle. hier. Pass du auf, siehst du? Dein Fuß, ja? Wo du geben ballast, ja? Hier, offen. Anderer Fuß, was machen anderer Fuß? Oh, wana! Das ist stabil. Ja? wir stehen stabil kannst du aufstehen opa ja opa dann springt fuß ja deine besucher fuß ja die helfen beim aufstehen hat du verabschiedet mit der weitere bata schon dass ich hier aufspringen hier opa ja bist du gegangen drei russer hocke von einem stil noch ein wichtiger trick wenn du machen russ und hocke du sitzen zwei drei stunden ja und langsam durch spüren deine beine nicht mehr schufte spüren du nichts ja du wirst nicht was 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 ist jetzt noch da oder nicht ja hast du verpflanzt mit boden ja aber das ist bei russischen du nicht sagen ich habe schmerzen ich kann so nicht sitzen das ist was was bist du bist du was bist du wenn du bist du hast oder was schwebel pudding mit fleisch oder was ja nein bist du nicht das heißt es gibt aber eine lösung was du machen kannst ja sie so von weite ja eine bekannte gesicht wenn bekannte gesicht zu fuß oder fahrrad das muss kommen in deine blog und dir sagen hallo immer wenn du sagen hallo dort müssen aufstehen ja aber wie im forboige fahren auto hinte noch aus war total ob auch doch hier fahrrad klar klar karte ha so normaine a-a-a-a-a-a-an-o-a-a-a-a-a-a da wau wau das ist darum, du musst immer warten, wenn du kannst jemanden begrüßen, du kannst ein bisschen wieder spüren beine trick, ja? всегда от сердца надо, от сердца надо wie ist das? wie ist das? das ist ein Influencer? ja, tiktok, tiktok du kannst, du kannst, du kannst, du kannst wie ist das? so, so, so hier hier ist mein Haus hier ist mein Chef das ist mein Bereich also mein, 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 das wie sagen, Kinder, mein, 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 das hier ist mein Chef ja, viceizuren mal wie ist das? wie ist das? gut guck, guck, guck 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 guck, guck guck, guck guck, 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 guck guck! guck documentation wenn, jetzt jemand noch going, ihr wissen, wer ist der Cordobild organization gibt буck, etwa den ziel beiden Autorität, aber welche ist der richtige ja richtige ist mit flache seine zu hause verstehst du nur da unterhalt 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 ja sitzen jetzt verschießt wenn du sie sind lange wir gesprochen gesprochen ja dann nicht und kensier gesagt wo du nach hause ja frau mal ich muss doch ein kauf und nein 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 das ist ihr wir machen nicht so ne serg gibt mir eine zeichen kurz vor feierabend er macht hast du gesehen was er gemacht ja er zeigen mir und gewohnt ich muss los ich bin schon springer sprinter springer ja ich muss schon auf halbweg da nicht weiß ohne dass ihr wir haben dialog dass er möchte in zehn jahren 10 15 minuten er will nach hause ja dann ich denke okay gleich ihr wollen los bald ist diese letzte minuten geschlagen ja nur ich erwidern ich spiegelbild ja so und unterhalten ja also heute minuten er hat ein gewinn ich appellierte nuss aber nur nur erste minuten läuft ja feiti alles gott ja doch noch lieber in trance schauer das war russ und hocke jetzt werde ich habe bisschen aufgeklärt я jetzt du weißt du schon was sie ist russ und hock was im was machen ist das falsch ist das richtig so sitzen viele russisch auch nicht wissen ja immer sagen да du siehst du falsch muss du ganz runter machen alles richtig nur was ist unterschied weiß du jetzt mit dieser видео которые я это либо zu schauer mazda abonieren что герен и кукол weiter я без них сама хазуна fragen 20 сручишь и шрам за комментарий